So liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Es ist ein Vlog. Ich bin mal gespannt wie viele Leute durch das Leon Machia Video, die jetzt mich deabonnieren. Ich bin hier mit dem lieben Uhu. Und er wird euch jetzt sagen, was wir gleich machen. Yo Leute, wir gehen gleich nach Nordenburg zum Hafen. Mal ein bisschen rumschauen, gucken was so geht. Und ja, würde ich sagen, hauen wir los. Mal ist, ne? Gestern die winzige Story habe ich niemals vergessen zu erzählen. Digga, mein T-Shirt ist an dem Kopf. Richtig krass. Können wir so gut auspacken? Geil, lass mal machen. Ja, nice. Dieser Barcode ist individuell. So, das B ist an dem Kopf. Von das Brett zu dem Shark. Und das fang ich einfach mal ganz entspannt aus. Oh, shit. Oh, shit. Ha, los geht's. Nice. Okay. Nice. Guys. Weasen. Yeah. Cool. Baby. Baby. schon krass oder wir sind jetzt gerade richtig entspannt ohne spaß wenn ihr sowas auch irgendwo bei euch habt wir sind gerade im schlossgarten gönnt euch mal bitte ihr habt das gerade schon so ein bisschen gesehen wie das hier aussieht das sieht ja ultra schön hier aus gönnt mal bitte wie das hier aussieht gönnt es euch richtig hart richtig gönnt euch das hier oder ein se wir haben ja einfach ein se wie selten sie es gibt sie ist fast so selten wie die seltenste yukio karte der welt oder das wie heftig schön es einfach ist ich glaube ich werde mich sogar noch mal hinsetzen weil ich habe vor ein sommersong zu schreiben so ein bisschen so sommer friends sun beach you know ja so wegen sommer und so ne habe ich mir überlegt dass ich da vielleicht so einen kleinen also erzählt mich nicht kaputt bevor das sieht überhaupt kommt ja dass ich da wie so einen kleinen song mache drüber so yo was geht da ab und so sommer geil alles cool wieder so ne bin da vorbei so was habe ich halt vor zu machen und ja gerade die herbst wirklich in fotos gemacht ohne spaß leute gönnt euch das bitte mal ja wir sitzen hier einfach es ist sommer es strahlt richtig hat rumpen krieg es ist so geil es ist Kim Jong Un Style ja übel alter richtig so ist die Sonne am Strand ohne spaß hatten noch nie so gute Laune und so gutes Wetter generell es ist einfach Frühling es ist ich habe keine Uhr es ist Zeit zu gehen heute wie spät ist es 11.33 11.33 Sonne Shine es ist Frühling fucking Frühling habe letztens auf snapchat gepostet ich habe letztens auf snapchat gepostet it's summer bitches ja und da hat der Typ aber auch gesagt nee es ist Frühling ja ohne spaß ja das ist Frühling guck uns das an es ist einfach summer wir können hier sitzen wir haben ein kleines überrächtchen dabei und zwar hier in die Tasche wer ist denn das ist aber der Peter lustig ich bin jetzt hier sitzen dann stellt er ein kleines Lärmmaschine Lärmmaschine steht hier Lärmpeter hallo das war ein spaß ich muss dich doch gut denken so auf die Hand die ist grau und schwarz da unten ist die grün das müsst ihr kaufen günstiges Angebot gönnt euch also noch mal sagen meine Frisur ist heute einfach übel am fliegt übel ja nie so eine gute Frisur gehabt bin Frisur mein ja geil ja 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 Danke dafür Alplali. Das ist die Gemeinschaftsbank der Freunde des Schlossgartens. Gebt's euch. Jetzt soll's beginnen.